Die Wärme hat uns schon ganz schön zu schaffen gemacht in den vergangenen Tagen und nicht nur uns, sondern natürlich auch den Tieren. Und für alle, denen es jetzt von euch mit der Hitze so langsam aber sicher reicht, habe ich zumindest relativ gute Nachrichten. Denn es kommt erstmal etwas Abkühlung auf uns zu. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag. Hoffentlich könnt ihr heute früh alle gut in die neue Woche starten oder vielleicht sogar ins neue Schuljahr. Denn in einigen Bundesländern sind heute schon die Ferien vorbei. Und entsprechend ist es natürlich auch ganz schön, dass es vielleicht ein wenig Abkühlung gibt. Das macht den Unterricht im Klassenzimmer doch gleich etwas angenehmer. Im Nordosten und Osten, da wird es heute nochmal wirklich sommerlich heiß. Aber auch da kommt dann in den kommenden Tagen zumindest ein wenig Abkühlung. Wir schauen einmal auf die Temperaturen heute und da sehen wir schon eben im Nordosten, Osten nochmal 29 bis 31 Grad. Dazu auch reichliche Sonnenschein, eben nochmal richtig Sommerwetter. Ansonsten werden die Temperaturen nicht ganz so hoch. Da werden dann noch 22 bis 25 Grad erreicht. Dazu gibt es viele Schauer. Örtlich müssen wir auch aufpassen, da ist dann auch mal Blitz und Donner dabei. Und diese Schauer werden dann auch immer weiter Richtung Nordosten vorankommen. In der Nacht sind sie schon ein ganzes Stück weitergezogen. Und da gibt es dann auch mal etwas flächendeckenderen Regen. Und der ist natürlich besonders wichtig für die vielen Pflanzen. Wir sehen auch schon, dass vor allen Dingen im Westen und im Süden dann auch die Sterne wieder sich an den Wolken vorbeischieben können. Dazu gehen die Temperaturen dann auf 19 bis 11 Grad zurück. Da kann man also schon mal wieder richtig durchlüften. Auch am Dienstag wird es nicht ganz so extrem heiß. Örtlich, da liegen die Temperaturen dann sogar nur noch bei 21 Grad. In der Regel aber so zwischen 23 und 27 Grad. Dazu reichlich Schauer, aber auch immer wieder Sonnenschein und einfach nur mal ein paar Wolken, die sich auch immer wieder vor die Sonne schieben. Am Mittwoch auch noch mal relativ kühl mit 22 bis 28 Grad. Zumindest für unsere Verhältnisse, was wir jetzt aus den vergangenen Wochen gewohnt waren. Zumindest etwas kühler. Und dazu auch noch mal ein paar wenige Schauer und Gewitter, aber häufig schon Sonnenschein. Dann auch besonders im Norden am Donnerstag weiter dichte Wolken. Im Süden schon wesentlich freundlicher und da sind dann auch schon, vor allem im Süden, wieder bis zu 31 Grad möglich. Und am Freitag, da wird der Sommer noch mal richtig zuschlagen. Da werden dann 25 bis 34 Grad erreicht. Dazu reichlich Sonnenschein, örtlich aber auch mal etwas dichtere Wolken. Nun blicken wir noch auf die Ensemble-Vorhersage hier für NRW. Und da sehen wir schon die 850-Hektopascal-Temperatur. Die wird jetzt erst mal so bei 10 Grad liegen und dann noch mal ungefähr um 10 Grad auch wieder ansteigen. Da liegen die Werte dann wirklich schon wieder fast bei 20 Grad. Sieht aber auch so aus, als würden die Werte dann wieder zurückgehen. Und das spiegelt sich auch in den 2-Meter-Temperaturen wieder. Erst mal so gut über 20 Grad und dann noch mal ein deutlicher Anstieg, so wieder Richtung hin zu 31 Grad. Allerdings danach wohl auch schon wieder etwas kühler. Es wird also noch mal einen kurzen Sommereinbruch geben und danach schon wieder relativ gemäßigt wohl weitergehen. Es bleibt aber spannend und wir müssen natürlich noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe aber sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und zeigt es uns damit. Klickt auch noch schnell auf Abonnieren, damit ihr immer richtig gut informiert seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei wetter.net.